Ich kann mir das richtig vorstellen, wie einem der Applaus dann reingeht mit dem letzten Akkord und dann Kurzstille und dann boah. Ich bin wirklich gegen Corona. Das ist so eine geile Rebellion. Das habe ich mir jetzt wirklich, also ich bin da jetzt einfach gegen. Bisher ist ja auch noch nicht die Polizei gekommen, um dich abzuholen. Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Der kleine Salon, dem Kulturpodcast mit Ole Specht und Simone Buchholz. Ich bin Simone Buchholz, mir gegenüber sitzt Ole Specht so wunderbar verwuschelt heute. Ja, du suchst nach Adjektiven, das habe ich schon gemerkt. Es ist so schön, es ist so schöne. Die Haare sind so entwickelt, als hätte es was mit unserem heutigen Thema zu tun. Ja, ich habe, das ist schön, dass dir das auffällt. Ich habe nämlich einen neuen Friseur, denn mein alter Friseur ist Corona-Leugner und hat mir das nach einer halben Stunde Haarschneiden dann am Ende erzählt, dass er das alles Quatsch findet. Das ist so geil, wenn Leute gegen Corona sind. Ich bin dagegen. Ich bin ja dagegen. Ich bin auch total gegen Corona. Aber es ist, was es ist. Unser heutiges Thema ist Entwicklungsschritte, Momente, in denen wir festgestellt haben, jetzt haben wir einen wichtigen Schritt gemacht, kurz gesagt Evolution. Ja, oder für alle BWL-Studenten da draußen Meilensteine. Ist das so ein BWL-Begriff? Ich glaube, ja. Ich glaube, zumindest stelle ich mir das so vor, wenn BWL-Studenten irgendwie ihr neues Startup gründen wollen, dann stehen die an der Flipchart und machen sich so Meilensteine, die sie dann erreichen möchten. Und genau, deswegen, das ist glaube ich schon so ein Begriff, mit dem viele BWL-Studenten… Ach. Genau. Ich habe so wenig zu tun mit BWL-Studenten. Ja, da muss ich an dieser Stelle aber direkt zugeben, dass in unserem Proberaum, in unserer Band, stand auch sehr lange eine Flipchart. Und ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Was habt ihr da raufgeschrieben? Da haben wir so, was die Woche so anliegt. Wir hatten oben rechts immer so ein Feld frei. Da haben wir immer den Aufreger der Woche reingeschrieben. Also was einem besonders gestört hat in der Woche, um sich mal so ein bisschen Luft zu machen. So an den anderen. Nee, so generell. Corona zum Beispiel. Zum Beispiel, weil ich bin ja dagegen. Ich bin gegen Corona. Total. Das finde ich nicht okay. Genau, also ich bin eigentlich pro Flipchart, auch wenn ich mich gerade darüber lustig gemacht habe. Es gibt einem so eine Struktur. Genau. Aber wir reden heute über… Wir reden über Entwicklungsschritte, Evolution. Dann fangen wir doch mal bei dir an, lieber Ole. Ja. Kannst du dich an den ersten Moment erinnern in deinem Leben, der aber für deine berufliche Laufbahn so eine Art Evolutionsmoment darstellt hat? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe da schon mal in diesem Podcast drüber gesprochen, aber es ist, glaube ich, trotzdem ein guter Zeitpunkt in dieser Folge hier, das nochmal ganz kurz zu tun. Und zwar, ja, das weiß ich jetzt nicht, ne? Es hören uns ja auch nicht alle immer, muss man vielleicht mal dazu sagen. In meiner Schulzeit, ich habe ganz früh angefangen, im Chor zu singen. Ich glaube, in der zweiten Klasse, habe ich schon mal erzählt, wurde ich für den Hamburger Knabenchor gecastet. Und von da war ich also von der zweiten Klasse bis zum Ende meiner Schullaufbahn, also bis zur 13. war ich immer in irgendwelchen Chören aktiv, auch sehr viel. Also so mit drei, vier Mal die Woche und an der Oper haben wir gesungen und so. Hast du den Stimmbruch? Ja, ja. Ich habe den Stimmbruch durchgesungen, was auch … Auch während des Stimmbruchs? Ja, ja. Was auch meine hohe Stimme jetzt erklärt. Also es ist wohl so, dass wenn du den Stimmbruch durchsingst, dann hast du tendenziell ein bisschen höhere Stimme danach. Ja, ja, genau. Ich habe das also immer gemacht und ich habe dann aber mit 14, 15, habe ich auch schon mal erzählt, wollte ich dann mal was Cooles machen, habe mir eine Gitarre gekauft und dann angefangen, ja, halt mit der Gitarre Songs zu spielen und zu singen. Und es gab dann diesen einen Moment bei uns in der Schule, wo es so ein Schulfest gab und ich habe mich entschieden, bei diesem Schulfest, das war so ein Musikabend, wo dann in der Aula und da waren richtig viele, so 300, 400 Leute, genau. Alle haben mal so was vorgemacht und ich war … Die Geigen, die Bläser … Und habe da einen Song gecovert auf der Bühne. Und diesen Song hatte ich davor zwei, drei Wochen jeden Tag zu Hause in meinem Kinderzimmer geübt. Welcher Song war das? Ja, das ist jetzt … Du musst es sagen. Das ist jetzt nichts … Aber ich sage das jetzt trotzdem, ne? Es ist jetzt nicht … Buckley James Harvest. Es ist jetzt, genau, es ist jetzt nicht Johnny Cash oder es ist jetzt nicht Bob Dylan oder so, ne? Ich war halt 14, 15 und so, ne? Das war … Britney Spears. Nein, es war von Juli und es war ein Song, der hieß Wir Beide. Und den hatte ich irgendwo in so einer Talkshow gesehen, wie die den akustisch gespielt haben und es hat mich so richtig … Ich dachte so, wow, das könnte ich auch. Und dann habe ich das jeden Tag zu Hause bestimmt drei, vier Stunden geübt, nur diesen Song, drei Wochen lang. Meine Eltern müssen todesgenervt gewesen sein, weil ich wirklich nur diesen Song geübt habe. Das könnte ich auch, ist ein ganz großer Schritt. Ja, genau. Und dann habe ich mich also getraut, es da zu spielen und ich habe diesen Song halt so krass verinnerlicht, weil ich den so, so viel geübt habe, dass ich mich so hundertprozentig auf diesen Moment konzentrieren konnte, als ich dann da auf die Bühne gegangen bin. Und für mich war das so ein richtig magischer Moment. Also ich hatte das Gefühl, die Zeit bleibt stehen. Alle diese 400 Leute in dieser Aula gucken gerade auf mich und alles funktioniert. Es ist perfekt. Alles stimmt. Alles stimmt. Ich singe das Ding perfekt. Ich spiele das Ding perfekt. Und ich habe das Gefühl, es war auch an diesem Abend, vielleicht ist es auch Quatsch, aber ich hatte das Gefühl, es war eine absolute Zäsur auch für diesen Abend, weil es irgendwie auf einem anderen Level war. Das klingt jetzt so blöd, aber ich glaube, die anderen waren halt alle so sehr Hobby-mäßig, wurde da ein bisschen auf der Geige gemacht und ich war halt wirklich so krass vorbereitet und es war so professionell in Anführungszeichen. Ja, du warst on track ab dem Moment. Genau. Dass auch diese Aula das zumindest in meiner Wahrnehmung, das so gespürt hat. Diese ganzen Leute haben gemerkt, irgendwas ist da gerade, irgendwas Besonderes passiert da. Und dann habe ich diesen Song gespielt und habe mich richtig beim Spielen wie von außen betrachtet. Weil ich, das war halt alles so automatisiert und in dem Moment habe ich gemerkt, das möchte ich machen und das kann ich auch machen, das funktioniert. Das ist professionell. Das ist professionell. Und dann war dieser, der Song vorbei mit dem letzten Akkord, zack und dann war so ein unglaublicher Applaus da. Und es hat mich so tief berührt und so glücklich gemacht und das war so mein Moment, wo ich dachte, ich kann das und ich will das machen. Wenn ich wissen möchte, was in Hamburg noch los ist, schnappe ich mir bei Heimann oder in der Europapassage gerne mal den Hamburg-Guide. Der kostet nichts, ist aber voll mit guten Geschichten und Tipps und das Heft ist klein genug, dass ich es immer dabei haben kann. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie einem der Applaus dann reingeht mit dem letzten Akkord und dann kurz Stille und dann boah. Ja, und was war es bei dir? Ja, bei SchriftstellerInnen ist das ja anders. Wir haben ja diese Applaus-Momente. Ich muss tatsächlich echt zurückgehen in meine Kindheit. Weil es war der Moment, als ich sechs Jahre alt war, mit meinen Eltern auf Mallorca im seichten Wasser. Und mein Vater hat mit mir Schwimmen geübt. Er hat mir das Schwimmen beigebracht und tagelang, Tage über Tage, Nachmittag über Nachmittag hat er mir beigebracht, wie es geht und hatte immer seine Hand unter meinem Bauch. Nur so eine Hand. Erst stärker und dann wurde die schwächer. Und irgendwann hat er die offenbar weggenommen. Was ich aber gar nicht so sehr gemerkt habe. Was ich nur gemerkt habe, war, ich schwimme. Ich bewege mich in diesem anderen Element und ich fand mich in dem Moment unfassbar mutig. Und wusste, ich kann Dinge tun für mich, also ich kann so Schranken durchbrechen. Und das ist deshalb so wichtig, weil ich glaube, dass es in der künstlerischen Arbeit, egal was du machst, und das passt auch zu deiner Geschichte, also es gibt diese Momente, die von außen kommen und man das Gefühl hat, ah, okay, jetzt habe ich hier irgendwas geschafft, irgendwelche Preise oder so. Aber der eigentliche Trick ist Mut. Und nur wenn du mutig bist, kannst du solche Grenzen überschreiten und dich entwickeln und wachsen. Und das war tatsächlich das erste Mal, das erste Mal in meinem Leben, das war nicht Fahrradfahren und das war nicht Schreiben oder sowas, das war das Schwimmen. Dass ich merkte, dass ich eben in dem Moment nicht sofort nach meinem Papa geguckt habe und umgedreht bin oder mich gar hingestellt habe, sondern dass ich weiter geschwommen bin. Und mein Vater kam dann hinterher und hat mich so ein bisschen eingefangen. Ciao, Leute, das war es jetzt. Tschüss, ich mache mich auf nach Gran Canaria. Und das war tatsächlich, das hat mir eine Zuversicht in meine Mutfähigkeiten, glaube ich, gegeben, die ganz essentiell für alles war, was danach kam. Und ich habe im Prinzip, wenn du möchtest, können wir uns jetzt so an unseren Biografien entlanghangeln, weil das ist auf alles anzuwenden, was mit solchen Schritten zu tun hat. Wenn ich so drüber nachdenke. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber da hast du natürlich recht. Man muss wahnsinnig mutig sein, um diese kleinen Schritte überhaupt mal anzugehen und auch mit dem Scheitern dann wieder klar zu kommen. Klar, man kann ja auch absaufen, kann ja jederzeit absaufen oder zumindest Wasser schlucken und hässlich mit ruttem Gesicht hustend irgendwo stehen. Und das hat sich komplett oder zieht sich seitdem durch mein Leben und durch jeden Entwicklungsschritt, den ich mache. Zum Beispiel soll ich, also ich kann gleich mal das nächste nachhauen, weil das war dann sehr, sehr viel später, als ich nach dem Abitur habe ich als erstes neben der Kellnerei ein Praktikum bei der Frankfurter Rundschau gemacht für sechs Wochen in der Lokalredaktion. Und da habe ich mich gar nichts getraut, das weiß ich noch, weil das alles so für mich tolle Journalisten waren und Journalistinnen und die waren alle so gut. Und also schon den Volontär fand ich wahnsinnig erwachsen und groß und fähig. Und ich habe da gar nichts, ich habe mich gar nichts getraut und habe einfach nur da gesessen und so gesagt, was gemacht, was man mir gesagt hat. Und so kalt irgendwelche Geschichten geschrieben, im Frankfurter Zoo gibt es jetzt ein Flamingo oder so. Simone Bruchertz. Ja, genau, ich war so voll auf der sicheren Seite. Und dann habe ich das Gleiche gemacht in der Lokalzeitung in Aschaffenburg, wo ich aufgewachsen bin. Ich glaube auch wieder so vier oder sechs Wochen. Und da habe ich aber zumindest gemerkt, dass sich das so ein bisschen professionalisiert, also dass ich auch aus totaler Scheiße wieder Gemeinderatssitzungen so und so oder dem Karnickel-Schwimmverein so eine kleine Geschichte machen kann. Aber ich war noch sehr, sehr vorsichtig und habe mich überhaupt nicht getraut, wirklich das Schreiben anzuwenden, also das Erzählen anzuwenden. Und dann gab es in Aschaffenburg ein Stadtmagazin, wurde ein Stadtmagazin eröffnet von drei, vier, fünf jungen Leuten, die alle irgendwie Bock drauf hatten, sowas zu machen. Das war die Zeit, da gab es dann gerade Prints in den großen Städten, was damals ganz cool war und Tempo und das war so eine Magazinzeit, so Mitte der 90er. Und die haben mich quasi von der Lokalredaktion, wo ich dann immer noch so ein bisschen gearbeitet habe, abgeworben und haben gesagt, wir glauben, dass du da irgendwas kannst und wir geben dir einmal im Monat zwei Seiten. Ganz schön viel, oder? Ja, und die kannst du füllen, mit was immer du machen möchtest. Okay, wow. Und das ist natürlich ein super Angebot, aber auch echt eine Bedrohung. Ja, auf jeden Fall. Dann musst du echt, okay, musst du jetzt zeigen, was du kannst. Und dann wusste ich überhaupt nicht, was ich da so als erstes machen soll und dachte, ich mache jetzt, also ich setze mich jetzt dem, was ich eh kenne, damals als Mitte 20-jährige blonde Frau mit durchaus prominenten sekundären Geschlechtsmerkmalen. Dem setze ich mich jetzt einfach nochmal mehr aus und verstärke das und schaue, was passiert. Ich habe also einen Selbstversuch gemacht, was ich damals, ich wusste noch gar nicht, dass es das gibt in so Zeitschriften. Und habe mir einen sehr, sehr großen BH gekauft und habe den mit allem ausgestopft, was mir zur Verfügung stand. Und so bin ich dann durch diese Kleinstadt gelaufen und habe geguckt, was passiert. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, was passiert ist. Also alles. Es ist alles passiert und es war teilweise sehr unkomfortabel und ging sehr über meine Grenze, meine, meine, also mein, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, sehr drüber hinaus. Und ich wusste gar nicht, was ich da tue. Ich wusste nicht, ich provoziere eine Situation, die mir im Zweifel auch unangenehm ist, um dann darüber zu schreiben. Das ist ja total mutig. Exakt, habe ich dann im Nachhinein, ich habe das dann, habe mich dann, also ich kam dann zurück, das weiß ich noch, bin da in dieses Büro, wo unsere Computer stand. Das war damals das Büro der Grünen Aschaffenburg. Die haben uns ihre, ihre Computer zur Verfügung gestellt abends und saß dann da und habe das aufgeschrieben und habe gemerkt plötzlich, dass ich auf eine ganz andere Art anfange zu erzählen. Weil ich aus meiner Verletztheit, meinem Wut und auch den Waffen erzähle, die ich dem entgegenzusetzen habe, nämlich Humor. Und das war, glaube ich, eine ziemlich geile erste Geschichte, die man so liefern kann. Und das ist aber eben nur entstanden, weil ich wusste, ich muss jetzt hier was machen, was ich noch nie gemacht habe. Und die wollen von mir was, was ich noch gar nicht kann. Und da habe ich mich in so, habe mich so rausbewegt aus der Sicherheitszone, also so rein in die Unsicherheitszone, dass es funktioniert hat. Und das, ich habe es schon beim Schreiben gemerkt und, aber auch als das Ding dann erschien, in so einer kleinen Stadt, war das ein ziemlicher Kracher. Ach, da haben das dann schon auch viele mitbekommen. Ja, ja, da haben das dann viele gelesen und spinnt die? So, was macht eine Mitte der 90er in so einer katholischen Kleinstadt? Spinnt die? Hast du dann da richtig viel Leserpost auch bekommen? Ja. Ja, da gab es schon einen kleinen Aufriss. Und das sind all solche Punkte. Also davon kann ich jetzt im Laufe unseres Podcasts noch einige erzählen, um das zu illustrieren. Und weil es immer der gleiche Mechanismus ist, bis heute. Finde ich komplett irre. Ja, stimmt. Immer, also so wie das klingt, beschreibst du Situationen, wo du eine ganze Menge Mut aufbringen musstest, um die zu machen. Und die haben dich dann aber weitergebracht. Ja, also die haben mich in Situationen gebracht, die mir überhaupt ermöglicht haben, Evolutionsschritte in meiner Arbeit zu geben. Okay, ja, verstehe ich. Auf ganz unterschiedliche Art. Aber es war immer so ein Moment von, ich muss hier was zerbrechen, damit das weitergehen kann. Verstehe ich. Das ist interessant. Wie ist das denn? Genau, ich überlege gerade. Weil ihr seid ja immer zu mehreren. Genau, bei uns war ein sehr einschneidender Moment, der nach dem Abitur. Also weil das ist so klassisch der Moment, in dem viele, viele, viele Bands zerbrechen. Also nach der Schule, nach dem Realschulabschluss, nach dem Gymnasium. Weil man irgendwas studieren geht. Weil man dann irgendwas studieren geht, weil man dann seine Stadt verlässt und dann verfranst sich das so. Und so war das auch in unserem Umfeld. Also wir haben gestartet mit sehr vielen Bands, so links und rechts. Und viele haben dann aufgehört nach dem Abitur, weil sie halt in andere Städte gezogen sind. Und bei uns war damals wirklich noch gar nichts da. Also wir haben ein paar Konzerte gespielt, aber es kamen wirklich kaum Leute. Wir hatten nicht wirklich sowas wie Fans oder so. Und es gab dann aber diesen Moment, da haben Sophia und ich Abitur gemacht. Und Jakob und Isa sind beiden ja jünger. Also die hatten noch kein Abitur, aber wir waren dann zu viert im Proberaum. Und dann saßen wir zusammen und haben so überlegt, was machen wir denn jetzt? Und es war wirklich gar nichts da. Und hattet ihr da schon so eine Art von Erfolg? Nee, genau. Ihr seid noch gar nicht aufgetreten. Wir sind schon aufgetreten, aber es waren dann so immer irgendwelche Pernwettbewerbe oder keine Ahnung. Da sind jetzt nicht Leute wegen uns irgendwo hingekommen. Und wir saßen dann zusammen und haben ganz lange darüber diskutiert, was wir jetzt machen. So, ob wir das jetzt, weil ich war auch, ich wusste, ich war mir sehr unsicher, was ich jetzt machen sollte nach dem Abitur. Also ich hatte schon, ich wusste, ich will studieren. Aber wo und was und wie, ich hatte schon auch Lust, vielleicht irgendwo anders hinzuziehen. Und dann haben wir uns aber entschieden, nee, wir bleiben, wir gucken uns in die Augen, wir bleiben jetzt alle hier in Hamburg und arbeiten daran weiter. So, und das war irgendwie ein richtig großer Moment, weil halt gar nichts dafür gesprochen hat, also wirklich gar nichts, dass diese Band irgendwie in Anführungszeichen erfolgreich werden könnte. Sondern es war, also wir haben halt irgendwie dran geglaubt. Aber habt ihr dann, also… Aber wir haben uns in dem Moment halt rückversichert, zu viert, weißt du, es hat einfach, niemand von außen hat irgendwie gesagt, macht das mal weiter, weil das ist wirklich cool, was ihr macht. Ihr habt das selbst entschieden. Niemand. Und in dem Moment haben wir selbst entschieden, dass das irgendwie Potenzial hat. Und das haben wir nur aufgrund dessen entschieden, weil wir das Gefühl hatten, dass das was werden kann. Es gab von außen nichts, was darauf hingedeutet hat. Und irgendwie war das für mich so ein wichtiger Moment, weil ich auf einmal nicht mehr allein war, sondern drei Mitstreiter hatte, die alle jetzt auf einmal so einen an einem Strang gezogen haben und ein Ziel verfolgt haben. Und das war, das war ein großartiges Gefühl. Es war richtig, ich war richtig euphorisiert, als ich dann nach Hause gegangen bin und gesagt habe, okay, ich habe jetzt eine Band und zwar eine richtige Band und wir machen das jetzt richtig. Wir sind das jetzt. Wir sind das jetzt. Und das war richtig, ja. Fühlte sich das sicher oder unsicher an? Das fühlte sich sehr sicher an. Ja, geil. Sehr sicher. Und es war dann auch, als ich dann, ich habe mich dann ja entschieden, Deutsch und Politik auf Lehramt zu studieren. Und das hast du dann aber bewusst hier gemacht? Das habe ich dann in Lüneburg gemacht, weil ich in Hamburg keinen Studienplatz bekommen habe. Warum nicht? Ich musste dann, ich musste dann. Das war mit deinem Abitur. Es war okay, aber es hat dir nicht gereicht. Und ich musste dann nochmal pendeln. Irgendwie war das aber in meinem Kopf war so ein Schalter umgelegt. Und der hat gesagt, ich studiere jetzt zwar, aber ... Pro Forma. Genau, Pro Forma. Ich studiere jetzt, aber ich werde halt Musiker. Und das so im Nachhinein echt Wahnsinn, wie sicher ich mir da war. Weil wenn man sich so die Chancen anguckt von so Bands und Künstlerinnen und Künstlern, dann sind die einfach so unfassbar gering, dass du das wirklich schaffen kannst. Dass du davon leben kannst. Dass du davon leben kannst, das ist wirklich unendlich gering, diese Wahrscheinlichkeit. Und ich war mir aber, das war wahrscheinlich auch so ein jugendlicher Leichtsinn, aber ich war mir so sicher, dass das funktionieren wird. Dass es auch wahnsinnig mutig ist. Genau. Ich kenne sowas aber auch, also diesen Moment der Professionalisierung, der ist bei mir einhergegangen mit so einem Moment des Scheiterns, des auf die Schnauze Fallens, wo ich dann, also später, als ich dann, ich hatte ein bisschen bei diesem Stadtmagazin gearbeitet. Und die ersten 15 Jahre meines Schreibens waren halt Magazingeschichten. Und bin dann nach Hamburg. Ich habe mich hier bei verschiedenen Stadtmagazinen beworben, mit einer sehr dreisten Bewerbung auch. Ich habe einfach den, es gab damals eine Wochenzeitschrift, die hieß die Woche. Und da war hinten so ein Fragebogen, den immer Prominente ausgefüllt haben. Und meine Bewerbung war einfach ein Text darüber, wie ich so abends Barfrau bin. Und gleichzeitig habe ich diesen Fragebogen ausgefüllt. Sehr gut. Und habe so, mit wem würden Sie gern mal reden? Brian Ferry. Ich habe so richtig so fünf Stufen zu hoch. Und die Stadtmagazine haben alle gesagt, offenbar, was ist das für eine Scheiße. Und der Chefredakteur von Allegra damals hat aber gesagt. Der findet das lustig. Was ist das denn für ein Shit? Aber das ist lustig. Die sollen mal kommen. So, und dann habe ich hier in Hamburg relativ schnell, vier Wochen nachdem ich angekommen war, glaube ich, habe ich angefangen für Allegra zu arbeiten. Aber wirklich so offiziell studiert. Natürlich nie hingegangen. Philosophie. Ja, Philosophie und Literatur. Aber echt, ich glaube, ich war zweimal an der Uni oder so, sind dann immer da in der Redaktion rumgehangen. Aber nie so richtig mit Commitment, ja. Ich war so die reingeflogene, freie und hatte auch keine Arbeitszeiten oder so. Ich habe halt da so rumgeeiert und hatte aber, Stichwort rumgeeiert, super dicke Eier. Okay. Weil ich dachte, ich kann nicht alles hier. Aber du hast das schon so, also genug verdient, dass du so. Ich habe da, ey, vor allem das war so ein echt geiler Moment. Das ist natürlich ein geiler Moment. Ich habe dann den ersten Text abgeliefert, so eine Kolumne. Und vorher habe ich nie was verdient damit. So, also ich war schon auf der Suche nach Kellnerjobs hier und habe den ersten Text abgeliefert. Und dann kam der damalige stellvertretende Chefredakteur oder Ressortleiter Kultur, glaube ich, kam zurück, hat mir das Ding auf den Tisch gepackt, hat gesagt, ja, hier, den Einstieg, nochmal zwei, drei Sachen ändern. Ansonsten ist super, stell mal eine Rechnung, 1000 Mark. Und du so, was? Und ich so, haha, guter Witz, was? Und dann sagt er, nee, das ist das, was wir hier zahlen. Wow. Ja, wow. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Genau. Und ab dem Moment, und dann habe ich halt ganz viel Kolumnen geschrieben. Und diese Selbstversuche, das haben wir damals ganz viel gemacht. Und ich hatte ja Erfahrungen mit dem BH-Ding. So, und deshalb fühlte ich mich wie die Größte. Na ja, klar. Also ich war Mitte 20, ich bin hier so eingeflogen, ich habe Geld verdient, Scheiß auf mein Studium. Ich mache hier so Selbstversuchgeschichten, Kolumnen, alles wird so abgenickt, gefeiert. Ich kann kommen und gehen, wenn ich will, ey, mir kann keiner was. So, und dann schickten sie mich nach London für eine Geschichte, ein Interview. Und das war schlimm. Ein Interview mit, es gab eine Modestrecke, die Allegra produziert hat mit Charlene Spiteri, der Sängerin von Texas. Wahnsinnig schöne Frau, eine Schottin aus Glasgow. Heute würde ich jedes Wort verstehen, weil ich so viele Schotten kenne. Damals dachte ich, ich spreche so okay Englisch. Und ich sollte zu dieser Modestrecke ein Interview machen mit ihr. Und traf mich mit ihr, genau, ich war dabei, als diese Modestrecke fotografiert war. Und die hat immer schon wahrscheinlich gedacht, was will denn diese kleine Tante da noch? Wieso glotzt die mich die ganze Zeit so an? Die war super scheiße zu mir, Popstar halt. So, und dann haben wir ein Interview geführt am nächsten Tag in so einem Café in Islinken. Und ich habe wahnsinnig schlechte Fragen gestellt, weil ich nicht vorbereitet war, weil ich dachte, ich kann das alles. Und ich habe sie nicht verstanden, weil sie halt. Hast du es denn nochmal aufgenommen, das Gespräch? Ich habe es aufgenommen und ich weiß noch, ich saß im Flieger zurück und habe geweint, weil ich dachte, jetzt schmeißen die mich raus. Jetzt habe ich alles falsch gemacht und bin auch rollmütig da am nächsten Tag in die Redaktion. Habe gesagt, Leute, totale Scheiße gebaut. Es gab nichts, ich habe quasi nichts. Ich habe geschlossene Fragen gestellt, auf die sie mit Ja und Nein geantwortet hat. Und alles andere, was sie sonst gesagt hat, habe ich nicht verstanden. Das war furchtbar. Und dann hat mein damaliger Chef mit dem Arsch gerettet und hat gesagt, du machst ein Porträt raus. Du schreibst das, was du erlebt hast, wie sie war, wie du sie siehst. Das ist aber wirklich cool. So, und von dem Moment an wusste ich, der hat mir jetzt einmal den Arsch gerettet, aber das darf nie wieder passieren. Ich muss super Englisch sprechen, wenn ich irgendwo hin will. Ich muss top vorbereitet sein. Und das war so ein Professionalisierungsmoment, glaube ich auch, wo ich gemerkt habe, ey, das ist nicht so, ha, 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 ich komme hier rein, mache so, duf, duf, duf. Nee, das geht nicht. Wenn du das professionell machen willst, wenn du weiter dieses Geld verdienen willst damit, dann musst du dich echt anstrengen. Und da wurde es interessant. Das ist stark, das glaube ich. Und die Redaktion hat dir das aber nicht übel genommen? Ich glaube, es war so ein Ding zwischen meinem Chef und mir, der sagte, du schreibst jetzt hier ein Porträt und das machst du richtig geil und dann reden wir nie wieder drüber. Okay. Und das hat er dann auch abgenickt und es war auch gut? Ja, ja, und da war dann noch jemand da, der eine Heftkritik gemacht hat, glaube ich, sogar irgendjemand von Max zwei, drei Wochen später und hat gesagt, also man hat das Gefühl, dass die Autorin gar nicht so richtig wusste, wofür sie da war, aber eigentlich ist echt ein gutes Ding mal rausgekommen. Hat sofort geschnallt. Und du? Okay, cool. Okay. Ach, krass. Das, ich versuche da gerade anzuknüpfen, weil für mich klingt das auch so ein bisschen so, als hättest du dann auch von außen die Bestätigung bekommen, oder? Ja, aber erstmal habe ich von außen Ohrfeigen bekommen. Gut, aber. So, streng dich an. Ja, klar. Damit der nächste Schritt gehen kann. Aber als du dann drin warst, haben die, das hast du ja gerade gesagt, haben die Leute auf einmal gesagt, das ist super, was du machst. Ja, das ist dein Style, das ist gut, was du machst. Genau, das ist toll, was du machst. Denn das war bei mir auch ein ziemlich großer Evolutionssprung, weil wir ja die ganze Zeit vor uns als Band in unserer Suppe da unterwegs waren und haben uns halt gegenseitig gesagt, dass es gut ist, aber von außen kam nie was. Und ich kann mich noch super gut an den, an die Momente erinnern natürlich, als es dann so langsam anfing, dass die Konzerte besser wurden, so von unserer Seite, dass dann auch mal Leute zweimal gekommen sind. Das war ein toller Moment, so. Das war dann aber auch so, dass man oft die Leute dann kannte, die dann zwei, dreimal gekommen sind. Das waren dann zwar Fans, aber irgendwie, das war alles so klein, dass man die dann irgendwann doch persönlich kannte und dann hatte man das Gefühl, man hat hier so eine persönliche Bindung auch zu denen aufgebaut. Das hat sich dann nicht so angefühlt, als wäre das wirklich so gut, was man macht, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja, so Friends and Family halt. Genau, genau. Und das waren zwar nicht Friends and Family, aber es hat sich so angefühlt, genau. Und ich weiß noch, dass es ein richtig großer Moment war für mich, als zum ersten Mal ein Song von uns richtig im Radio lief. Ja, krass. Mit richtig meine ich … Anmoderiert. Anmoderiert und der lief dann auch am Tag so mehrfach. Heavy Rotation. Ja, genau. Wir haben nämlich damals mit unserer Band so einen Preis gewonnen, der hieß New Music Award. Bei dem Preis geht es darum, dass jede Jugendwelle in Deutschland, also die Radiosender, hier in Hamburg ist das zum Beispiel Enjoy, in Berlin ist das Fritz, Radio Fritz, in NRW ist das 1Live, so. Diese ganzen Jugendwellen haben Bands entsandt und dann gab es einen Contest zwischen diesen Bands, so. Und wir sind halt für Enjoy nach Berlin gefahren, da war dieser Contest und es war so ein Contest, auf dem war ziemlich viel Druck drauf, so. Da hat die ganze Branche drauf geschielt, weil die Radiosender haben sich schon immer versucht, Leute rauszupicken, die dann auch gewinnen, so. Also es war, die wollten auch gewinnen. Die haben schon richtig Talente gesucht, die dann auch danach so ein bisschen durchstarten. Und wir hatten schon großes Glück, dass wir dann für Hamburg und für Enjoy da hinfahren konnten. Und wir haben dann diesen Preis gewonnen und das war so richtig wow. Und Enjoy war dann schon auch richtig stolz, dass wir diesen Preis für die gewonnen haben. Ah, toll, ja. Genau. Und deswegen haben die uns halt so richtig auf full, full Rotation hier in Hamburg gespielt und haben uns halt so neben Rihanna und … Deine Freundin Rihanna. Ja, genau. Und Pink gespielt, so die ganze Zeit. Was halt so dem … Ja, mit wem stehe ich denn da eigentlich auf der Bühne? Genau. Was halt so den Hörerinnen und Hörern irgendwie so vermittelt hat, wow, das ist eine riesige Band. Und das ging dann so über drei, vier Monate. Also es war schon echt lang auch. Und das hat dazu geführt, dass wir von Hamburg aus dem Knust sind wir dann ins Übel und gefährlich gewandert. Also haben auf einmal unsere Zuschauerinnenzahlen verdoppelt. Und dann ein paar Monate später waren wir in der großen Freiheit nochmal verdoppelt. Also es ging dann in sehr kurzer Zeit, wurde es auf einmal sehr viel mehr. Und was aber für mich so Wahnsinn war, war als dieser Song im Radio lief, haben auf einmal Freunde und Bekannte von früher mir geschrieben. Ah, ja. Halt so Leute, die das immer so quatschig fanden, was ich da gemacht habe. Ja, und dann so, ey, super. Ich hab den Song gerade im Radio gehört, ist ja total geil und voll groß und so. Die dann so teilhaben wollen, ne? Genau, aber für mich war das ein riesen Moment, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, von außen kommt gerade richtig positive Bestärkung. So, die Leute nehmen das wahr und haben auch irgendwie finden, finden das gut. Und das hat mich dann nochmal mehr darin bestätigt. Also erstmal war es dieser Kern, ne? Nur wir vier, nur wir Band gegen alle und wir haben das Gefühl, das ist gut. Und, aber als dann auf einmal von außen auch so das noch dazu kam, dann wurde es so, also ich bin echt auf so einer riesigen Euphoriewelle dann geschwommen, weil ich das Gefühl hatte, es hat sich gelohnt. Diese ganze Zeit jetzt hat sich irgendwie gelohnt. Ja, das kenne ich von so Momenten, ja, das erste Mal einen Preis kriegen, von der Jury gelobt werden oder auch so kleine Sachen wie, als ich das erste Mal über Fußball schreiben durfte für ein Magazin. Okay, wieso ist das was Besonderes? Weil ich hatte das erst letzte Woche wieder, als ich mich unterhalten habe mit einem Freund und wir haben plötzlich angefangen, über Fußball zu reden und er sagt so, wie, du kennst dich mit Fußball aus? Und ich habe gesagt, ja. Ja. Frankfurt Ultra. Alex Mayer, Fußballgott, ist mein bester Kumpel. Und das war natürlich, es war eine Form der, also weil damals war es tatsächlich noch so, gerade im Magazinjournalismus, überhaupt im Journalismus, die Jungs haben die Mädels da nicht reingelassen. Es hat auch immer nur zu internationalen Turnieren funktioniert. Aber dann wurde ich angerufen. Und das waren so Sachen, das erste Mal für ein Wirtschaftsmagazin schreiben, obwohl ich keine Ahnung habe von Wirtschaft, mir aber gesagt wurde, wir wollen aber deinen Blick. So, das habe ich schon als Evolutionsstufen wahrgenommen, die mir aber nicht, die so nachhaltig gar nicht so viel bedeuten. Auch Preise bedeuten nachhaltig gar nicht so viele, gar nicht so viel. Was mir sehr, sehr viel mehr bedeutet hat und das ist noch gar nicht lange her. Also, neben natürlich, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, wie es ist, das erste Mal einen Roman fertig zu schreiben. Das erste Mal über 20, 50, 100, 140, 200 Seiten rauszukommen. Und das ist schon, das ist, das kann man gar nicht unterschätzen, natürlich in so einem Evolutionsding. Aber was für mich das Entscheidende war in den letzten Jahren, ist, dass ich plötzlich, und das ging echt so von jetzt auf gleich, ich wusste überhaupt nicht, warum ich jetzt in dieser Situation bin, dass junge Kolleginnen und Kollegen mich um Rat fragen. Ah, wollte ich auch noch drauf hinaus. Und das ist echt, das ist für mich das Allerschönste. Und ich verstehe überhaupt nicht, also ich habe so Kolleginnen und Kollegen, denen ist das dann zu viel. Die haben gesagt, ich habe keinen Bock drauf und so. Ich weiß nicht, ich bin doch nicht deren Tanzbär. Und ich denke dann immer, nee, genau das ist es doch. Wir wachsen doch alle. Also, Kultur muss nachwachsen. Sonst ist das tot. Sonst ist die Struktur tot. Und so, und ich kann mich doch hier nicht als Platzhenne hinstellen die ganze Zeit und meine Pfründe verteidigen. Und dann kommt aber da nichts mehr. Ich muss denen doch mein Wissen weitergeben. Und das fand ich schon immer toll. Und der Moment, in dem das zum ersten Mal passiert ist, dass jemand mit mir spazieren gehen wollte, um mich Dinge zu fragen, Einschätzungen, ob es jetzt um Inhalte oder um das Leben in dieser Branche, in diesem Markt geht. Und das habe ich als was empfunden, was ich für mich als Schritt gar nicht hoch genug schätzen kann. Weil jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich so einen Punkt erreicht. Jetzt werden vielleicht, wird irgendwann das Buch kommen, das nicht mehr so gut verkauft. Vielleicht werde ich auch irgendwann nicht mehr so interessant sein für den Markt oder für Verlage. Aber das werde ich immer können. Das werde ich ab jetzt immer können. Das wird nicht mehr aufhören. Ich habe so viel Wissen angehäuft und so viel Fähigkeit und Professionalität in dem, was ich tue, dass ich das weitergeben kann. Und das finde ich unglaublich geil. Das ist spannend, dass du das sagst. Das hatte ich nämlich auch auf meiner Liste. Fand ich auch einen großartigen Moment. Großer Moment, ne? Dass man auf einmal… Der frisst auch alle Krokodilsmomente auf, die man so hatte. Auf jeden Fall. Und dass Leute wirklich, ich habe das öfter, dass mir Künstlerinnen oder Bands Sachen schicken und dann halt meine Meinung dazu haben wollen. Und ich liebe das auch jedes Mal. Und ich liebe vor allem dann auch mal, das habe ich auch eine Zeit lang öfter gemacht, jetzt länger nicht mehr, aber auch mal dann so in den Proberaum zu gehen und sozusagen, zeig mal, wie ihr das macht. Und dann so, ja, einfach das Wissen weitergeben. Genau. Weil das sind dann nämlich auch die Momente, wo man feststellt, wie viel eigentlich schon da ist. Genau, und es kostet nichts. Genau, es kostet nichts. Es ist einfach nur eine Form der Großzügigkeit, die aber… Man verschenkt, man verschwendet das nicht, finde ich. Du verschenkst es und es kommt was dabei raus, weil es wächst dadurch, das, was du tust, wächst nach. Genau. Und es gibt einem auch eine wahnsinnige Sicherheit, also so Wissen zu vermitteln. Genau, genau. Ja, das ist für mich selbst immer ganz schön, aber auch so das Gefühl zu haben, ich habe das jetzt hier mal nochmal gespreadet. Und das wird irgendwie, ich habe da was gesät und das wird sich entwickeln. Und wenn ich dann raus bin aus dem Ding, ist da aber wieder was. Und ich bin ja überzeugt davon, dass wir das brauchen, was da nachwächst. Und das fand ich wirklich, das ist ein ganz entscheidender Moment in einer KünstlerInnen-Biografie, finde ich, wenn das das erste Mal passiert. Ich weiß noch, dass ich das das erste Mal, ich habe es gar nicht geschnallt. Kann man mal spazieren gehen? Ja, ich habe es gar nicht geschnallt. Ich dachte so, hä, was will sie denn von mir? Und dann merke ich plötzlich, okay, wow, die möchte mein Wissen. Und das finde ich super. Wie stehst du zu Fanpost? Ist das etwas, was etwas mit dir macht? Findest du das merkwürdig? Nee, eigentlich ist es wahnsinnig. Also ich habe, als ich zum ersten Mal… Passiert das überhaupt? Ja, also ich habe tatsächlich vor zwei Jahren, als ich zu Beginn der Pandemie öffentlich eine Rechnung an unseren Schulsenator gestellt habe, um zu illustrieren, was uns Müttern da so an Arbeit, an unbezahlter Arbeit auf dem Schreibtisch gekippt wird, gerade den Freischaffenden. Stand ich vor kurzer Zeit in so einem kleinen Shitstorm, der vor allem aus der rechten Ecke kam. Die deutsche Mutter hat sich nämlich aufzuopfern und ansonsten die Fresse zu halten und über das Geldverdienen hat sie schon gar nicht zu reden. Also wenn Mütter öffentlich über das Geldverdienen reden, dann wird es gleich sehr, sehr, sehr laut und sehr, sehr unangenehm. Das ist in Deutschland überhaupt nicht erlaubt und aber auch viele Mütter, die sich selbst, glaube ich, angegriffen gefühlt haben in ihrer Kompetenz der Mutterschaft, die, glaube ich, eh denken, dass es die Kinder bei ihnen zu Hause am allerbesten haben und dass die gar nicht dieses soziale Umfeld in der Schule und so. Also da ging es ziemlich zur Sache und da habe ich tatsächlich das Postfach auf meiner Website geschlossen. Okay. So schlimm war das? Ja, ja, ja. Ich sollte erst mein Kind erschießen und dann mich und überhaupt müsste ich nur mal richtig. Also das war schon richtig, war heftig wegen so einem kleinen Scheiß. Und es ist ja nichts gegen das, was andere Frauen in der Öffentlichkeit permanent erleben. Und wenn da so ein Filter zwischengeschaltet ist, also eine andere Stelle, dann kommt sowas gar nicht. Insofern kommt eigentlich, es kommt auch mal kritische Leserpost, die ist aber dann, das hat eine andere Klasse. So, das ist was, womit ich mich auseinandersetze. Es kommt ganz viel Fanpost, was ich immer ganz toll finde und meistens beantworte ich es dann auch. Weil ich finde, da kann ich dann auch meine Mailadresse, so schlimm ist es nicht, wenn die dann jemand hat, der mir wohlgesonnen ist. So, womit ich manchmal ein bisschen Probleme habe, da liegt jetzt gerade schon wieder ganz lang was, sind so frankierte Rückumschläge mit der Bitte um Autogrammkarten. Ja, verstehe. Auf einer Postkarte wollt, die ich euch dann leider nur schicken kann, weil ich keine Autogrammkarten habe. Kenne ich, ist bei uns in der Band auch so. Wir haben dann sowas auch. Ja klar, ihr seid eine Band, das ist ja ganz gut. Genau, wir haben dann sowas und wir kriegen dann aber auch oft so, ich weiß nicht, ob du sowas auch bekommst, muss ich immer sehr drüber schmunzeln, kriegen dann so handgeschriebene Briefe, die sehr lang sind. Wahnsinn, ja. Die dann so anfangen mit, das Autogramm sammeln ist ein tolles Hobby. Ich betreibe das schon seit 30 Jahren. In meiner Sammlung habe ich schon so und so. Ja, es gibt Leute, für die ist das total wichtig. Genau, genau. Das finde ich immer ganz süß irgendwie. Aber ich finde das ganz niedrig. Auf der anderen Seite hat es so gar nichts mit dir eigentlich zu tun. Ja, sondern es tritt einem auch so einen Tick zu nah. Also genau, ich habe das Gefühl, ich werde auf eine Art überhöht, die ich gar nicht erfüllen kann. Ich kann dieses Podest, ich kann da nicht drauf stehen bleiben, auf das ich da gestellt werde. Und deshalb bin ich da so wackelig und deshalb ist mir das so unangenehm. Aber tatsächlich ja auch die, also der erste Leserbriefschreiber, mit dem ich bei Allegra zu tun hatte, dem habe ich sofort flammend zurückgeschrieben und er hat flammend wieder zurückgeschrieben. Und jetzt seid ihr verheiratet tatsächlich. Nee, aber ich war sofort verknallt. Klar. Ich war sofort verknallt. Und ich dachte, oh wow, da schreibt mir ein fremder Mann mit ganz vielen tollen Worten und er findet es gut, was ich mache. Und das war echt auch so ein Moment, wo ich wieder sowas gelernt habe. So, ey, nur weil dir jemand nett schreibt, musst du dich nicht gleich verlieben. Das kann ich inzwischen auch ein bisschen besser einordnen. Weißt du, was ich mal geschenkt bekommen habe? Denn wir bekommen auch manchmal Geschenke zugesandt. Ich bekomme ganz wenig Geschenke. Ich finde, das könnte etwas mehr sein. Ich bekomme immer nur Bücher von ganz vielen Verlagen. Entschuldige, dass ich deine... Aber ich finde, ich möchte das jetzt wirklich mal offiziell hier sagen. Ja, ich finde, man könnte mir mal so Parfum schicken. Champagner kriege ich manchmal. Das finde ich ganz toll. Aber ansonsten hätte ich gern mal so ein bisschen mehr Geschenke. Ja. So generell. Macht einen auf jeden Fall glücklich. Wir haben mal als Band, das fand ich unfassbar süß, ein echtes Tonbandgerät zugeschickt bekommen, wo unser erstes Album drauf gespielt war. Total toll. Ich glaube, vom gleichen Fan, das ist mein absolutes Lieblings-Fangeschenk ever, habe ich mal ein Hacken-Porsche geschenkt bekommen. What? Gefüllt bis zum Rand. Ach, mit dem, was du so lieb hast, ne? Bis zum Rand mit Dosenbier. Ach so, und ich dachte, dieser Puffreis wäre das. Das war auch noch drin. Aber mit Dosenbier ist ja geil. Puffreis und Dosenbier. Geil. Weil ich mal in einem, in unserem Podcast, den wir mit unserer Band machen, habe ich mal erzählt, dass der, ähm, dass der Hacken-Porsche für mich das Utensil Nummer eins ist von den Dingen, die ich eigentlich gerne benutzen würde, wofür ich aber ein bisschen zu cool bin. Ich würde das wahnsinnig gerne benutzen. Ich hätte super gerne so einen und ich hätte auch schon längst einen, wenn ich nicht im vierten Stock wohnen würde. Weil was bringt mir der scheiß Hacken-Porsche, wenn ich den dann da hoch, aber ich habe tatsächlich, ich habe gerade super Post bekommen vor zwei Tagen, ähm, von dem Bürgermeister, äh, der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Oh, wirklich? Ja. Damit du ins goldene Buch jetzt? Nee, weil er sich einfach mal, er findet es super, wenn das seine Gemeinde immer erwähnt wird, wenn irgendwo über mich geschrieben wird. Ach, das ist aber schön. Und dann hat er mir Kaffee geschickt, Süßigkeiten und Marmelade. Och, das ist ja süß. Ganz süß, ne? Das ist ja richtig süß. Also ich kriege schon Geschenke. Stimmt, ich darf mich gar nicht so beschweren. Das war ganz, ganz süß, ja. Das finde ich aber wirklich toll. Ja, aus der Spessart-Gemeinde habe ich so. Was mich auch evolutionstechnisch, um mal kurz wieder zurückzurudern. Ja, wir schweifen ein bisschen ab. Nee, aber es geht in dieselbe Kerbe, was mich aber ziemlich nach vorne gebracht hat, war, als mir meine alte Deutschlehrerin, die ich sehr verehrt habe, nach dem ersten Album geschrieben hat und gesagt hat, dass sie das jetzt gehört hat und total toll findet. Und es hat mich irgendwie so richtig glücklich gemacht, weiß ich auch nicht. Manchmal ist das ja so, dass man so irgendwie Figuren, die einem viel bedeutet haben, zu denen man aber natürlich keine enge, ich hatte jetzt keine enge Beziehung zu meiner, ist ja klar, zu meiner Deutschlehrerin, aber ich fand die immer irgendwie toll. Für mich war auch so ein Evolutionsmoment, als ich meinen ersten eigenen MacBook hatte. Das war tatsächlich super wichtig. Also ich habe echt, ich habe auf der fucking elektrischen Schreibmaschine meiner Mutter angefangen zu schreiben. Und dann hatte ich nur Schreibgeräte in Redaktionen, also Büro der Grünen in Aschaffenburg oder Allegra. Ich hatte gar nichts selbst, worauf ich schreiben konnte. Und ich glaube, das hat also das erste eigene Schreibgerät, hatte ich, glaube ich, irgendwann nach der Henry-Nan-Schule. Also das war echt, als ich schon Jahre gearbeitet habe als Freie. Und das war erst so ein Sony-Ding. Das war eigentlich ganz geil. Aber dann wollte ich auch so hip sein wie die anderen. Klar. Und als ich dieses… Es ist auch super wichtig, ein MacBook zu haben zum Schreiben, weil du brauchst ja so viel Power, aber auch so viel Rechenleistung, um dein Word-Dokument zu bringen. Wenn ich jetzt irgendwie so ein Neues brauche und die mir immer alles Mögliche vorstellen, sage ich immer noch, Leute, ich benutze es wie eine Schreibmaschine. Ich will nur, dass es geil aussieht von außen. Der Rest ist mir echt total wurscht. Aber das war echt für mich so ein wichtiger Moment, mit so einem weißen, damals noch echt schweren, relativ dicken Teil in mein Büro zu gehen und das so aufzuklappen und zu sagen, so I'm professional now. Ich verdiene hiermit mein Geld. Das ist mein Beruf. Das ist mein Beruf. Und deshalb habe ich so ein Teil. Und deshalb lohnt sich die Investition und ich kann es auch absetzen. Ich kann es abschreiben über zwei Jahre, vier Jahre. Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie sowas. Genau. Und das war echt auch so ein geiler Moment. Den fand ich richtig gut. Den fand ich richtig gut. Gibt es noch Evolutionsmomente, auf die du dich freust oder die du erwartest oder die du gerne noch erreichen würdest? Gibt es so Dinge, von denen du jetzt schon weißt, da bin ich noch nicht, aber da komme ich noch hin? Ich möchte am Theater arbeiten. Ich möchte Theaterstücke schreiben. Ich möchte hinter der Bühne sehen, was Menschen aus meiner Arbeit machen. Und das will ich eigentlich, seit ich klein bin. Und ich habe das Gefühl, dass ich muss jetzt einen Roman abgeben, Ende März. Toi, toi, toi. Und zum ersten Mal, normalerweise, wenn ich so in dieser Schlussphase bin, drückt immer schon der nächste Roman. Und diesmal ist es nicht so, sondern es drückt ein Theaterstück. Und ich glaube, es ist bald soweit. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich im Sommer mit zittrigen Fingern anfange, so Bühnendialoge zu schreiben, ohne dass ich weiß, ob das irgendein Theaterverlag haben wollen wird oder gar ein Theater. Aber ich glaube ja, ich spreche es jetzt mal offiziell aus. Ja, das macht ja was mit einem. Ich möchte Theaterstücke schreiben und ich möchte dabei sein, wenn sie geprobt werden. Ganz still und leise. Ich will mich nicht einmischen, aber ich möchte. Mit so einer Schiebermütze? Ja. Verstehe ich. Vielleicht möchte ich auch so Flöse sein. Künstlerschal noch. Ist mir scheißegal. Ich will einfach fürs Theater arbeiten. Ich will diese Luft atmen. Das ist ja schön. Ja, und ich glaube, es ist nicht mehr so weit hin. Ich würde gerne ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, ich formuliere es jetzt auch stark. Ich würde gerne Selbstzweifel ablegen, wenn es um meinen Blick in die Zukunft geht. Ich merke, dass so die letzten zwei Jahre ganz schön an mir genagt haben. Ja, das ist halt so anders als Musiker. Weil mein Boden einfach echt weggerissen wurde. Und du bist Security-Ole. Ja, genau. Ich bin Security-Ole und ich merke einfach, dass sich so ganz langsam in mir dieser Sicherheitsmensch meldet und sagt so, ey, vielleicht war das auch einfach jetzt eine gute Zeit. und ich würde so gerne wieder so richtig, wieder, wieder so, ja, ich möchte einfach ohne Bauchgrummeln so richtig Arme ausbreitend in die Zukunft sehen und einfach wieder so richtig im Jetzt sein und nicht so viel darauf geben, was nächstes und übernächstes Jahr ist. Du brauchst so eine Optimismus-Spritze wahrscheinlich. Ja, ich brauche eine Optimismus. Ja, genau. Und ich würde mir das aber auch wünschen, dass ich das durch eine charakterliche Evolutionsstufe hinkriege. Einfach, das hat wahrscheinlich was mit Selbstsicherheit zu tun und mit Selbstwahrnehmung oder so. Und ich weiß noch nicht, wie ich da hinkommen kann, aber das wünsche ich mir. Du bist ja immerhin immer noch da. Also, du machst es ja weiter. Und das ist ja, bisher ist ja auch noch nicht die Polizei gekommen, um dich abzuholen. Nee, bisher noch nicht. Und dass du gegen Corona bist, finde ich schon mal einen guten Anfang. Ich bin wirklich gegen Corona. Ja, das ist so eine geile Rebellion. Das habe ich mir jetzt wirklich, also ich bin da jetzt einfach gegen. Da lasse ich mir auch nichts erzählen. Ja, die Geduld ist einfach aufgebraucht jetzt. Ja, ich bin dagegen. Ja. Guck mal, dann haben wir doch beide noch Sachen, auf die wir uns freuen können. Und ich verspreche dir, ich würde mir ein Ticket für dein erstes Theaterstück kaufen. Zwei sogar, weil ich würde nicht alleine hingehen. Und ich würde aber auch nicht auf die Gästeliste wollen. Oh nein, ich wollte gerade sagen, du kommst doch auf die Gästeliste. Nee, nee, möchte ich aber nicht. Ich würde gerne auf die Aftershow-Party gehen. In der Schauspielhauskantine. Richtig, genau. Oh Gott, that's a dream. Und dann wäre ich so, dann hätte ich so hundertprozentig, weil es passiert mir nicht immer, hätte ich auf jeden Fall einen Crush auf irgendeinen von den Schauspielern. Okay, pass auf. Ich war vor ein paar Monaten in der Schauspielhauskantine abends, hatte einen totalen Crush auf Wolfram Koch. Okay. Ein Frankfurter Tatort-Kommissar, superschlimmen Crush. Und habe nicht gegessen und so viel getrunken. Und damit gehen wir raus aus diesem Podcast. Das war auch so ein Evolutionsmoment, dass ich später im Taxi saß und mir war so schlecht. Und ich merkte, ich schaffe es nicht bis St. Pauli, weil mir so schlecht ist. Oh Gott. Und früher hätte ich zum Taxifahrer gesagt, bitte halten Sie an. Und da habe ich einfach diese Tüte in meiner Handtasche genommen, habe die FFP2-Masken da rausgeholt, diese Gefriertüte, die man so zumachen kann, und habe ganz still und leise mich von dem verabschiedet. Von dem Crush. Was mir so, was mich so, was so mir schlecht gemacht hat. Und dann habe ich die Tüte wieder zugemacht und bin nach Hause gefahren, habe bezahlt, bin ausgestiegen, habe die Tüte in den nächsten Mülleimer geworfen und kam frisch und erholt. Und das war auch so eine geile, es war eigentlich ein bisschen, ich glaube, ich bin in dem Moment zum Rockstar geworden. Auf jeden Fall. Also, das kann ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass ich es kann. Das passiert in unserem Bandbus manchmal. Und es war ein Nachbar dabei, der wirklich auch… Im Taxi? Ja. Hat der was dazu gesagt? Der guckte mich an und sagte, das hast du gerade nicht gemacht, oder? Und ich habe gesagt, doch, es war irgendwie notwendig und angemessen und verhältnismäßig. Okay, sehr gut. Mit diesem Bild möchten wir euch jetzt, wo auch immer ihr seid, jetzt hinschicken. Welcher Radiosender das auch immer senden wird. Genau. Mit diesem Bild möchten wir uns von euch verabschieden. Ordnet mal eure Evolutionsstufen auch mal, das tut nämlich ganz schön gut. Rockstars. Und wir haben jetzt nicht so viel über Meilensteine gesprochen, was ich ganz schön finde. Ja, finde ich ganz schön. Einfach anders über Evolution reden. Ja, finde ich gut. Bin ich übrigens auch gegen. Bin irgendwo Evolution. Ich bin auch einfach gegen Anhalten. Ja, genau. Genau, da bin ich auch dagegen. Gut, in diesem Sinne… Bis bald. Macht's gut, bis bald und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und dem Hamburg Guide.